Angefangen hat das Studium mit einer sogenannten Erstsemesterfahrt, das kann man schon als ersten Höhepunkt nennen. Da sind wir einfach mal ein Wochenende direkt am Anfang des Studiums mit ein paar neuen Kommilitonen weggefahren und haben uns kennengelernt. Es war wirklich ein sehr interessantes Wochenende, unterstützt von den Gremien hier an der Hochschule. Es war wirklich eine lustige Fahrt, man hat gut die Leute kennengelernt und das ist auf jeden Fall ein Höhepunkt, den ich nennen kann. Des Weiteren beschäftige ich mich jetzt gerade damit, das Praktikum vorzubereiten für das fünfte Semester und habe da gute Unterstützung von einem Dozenten erfahren, der mich selber vermittelt hat. Und da muss ich sagen, das hätte ich so nicht erwartet und kann definitiv sagen, das ist ein Höhepunkt, dass die Dozenten sich wirklich auch für die Studenten einsetzen und einem da weiterhelfen.